Halli Hallöchen, liebe Leute, da sind wir wieder bei Graf Reborn und zwar wieder zu zweit, der Tim ist wieder mit dabei, Hallöli. Hi, Azubi Tim. Was, was? Ich bin Azubi. Ah, Azubi, du bist mein Azubi, okay, alles klar. Ich habe jetzt einen neuen Azubi, habe ich gerade erfahren, oh Gott, ist mein Mikro irgendwie zu laut eingestellt, Moment mal, so. Ja, wir sind wieder auf dem Planeten, wie heißt der, Pertinax. Yes. Und wir haben dem Tim mal kurz die Edelsteinrüstung voll fertig gebaut, dass er hier auch atmen kann. Und ich habe vor der Folge lustigerweise festgestellt, dass ich einen Raketenwerfer bauen kann. Habe ich einfach mal so gesehen, den Daimos-Raketenwerfer. Die Raketen zu bauen, das ist so fucking teuer, ob sich das wirklich lohnt ist, so die andere Frage. Auf jeden Fall, ich habe nur sechs Schuss, das ist nicht ansonsten nicht viel. Der Gamerader, der hat mir allerdings kommentiert, dass das Ding ja bis zu 12.000 Schaden ziehen soll. Das ist schon, ja, jede Menge, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, wir sind jetzt auf jeden Fall in einem Gebiet, wo ich auch wieder mit meinem Level EP bekommen kann. So, 42 bis 45 ist das hier. Wir sollten aber am besten eine Höhle suchen. Ich klicke auch mal in die Höhe. Und ich brauche Flugkäferantennen, denn sollten wir wieder... Hier ist eine Kugel, in die wir rein können. Ne, Kugeln sind scheiße. Warum? Da gibt es nicht viel. Hier, hier sind Höhlen, direkt hier bei uns. Und die Flugkäferchen hier, die sind auch ganz nice, dass wir die kriegen, weil die droppen teilweise Flugkäferantennen. Die brauche ich wiederum für die nächsten zwei besseren SMGs, die ich bauen könnte. Sofern ich irgendwann mal wieder Erz habe. Habe ich dir gegeben, will ich nichts hören. Aber, ja gut, das ist ja weg. Das ging ja drauf für deine Edelsteinrüstung, ne? Jetzt bin ich wieder schuld. Ich hatte ja eh nichts mehr, das war deins. So, hier ist die Höhle. Links von mir. Ja, hier. So, was hatte ich für ein Level? 40 bis 42, das ist gut. Das dürfte gut sein. Hoffe ich. Oh, hier baue ich Element X kurz hin. Ja, genau. Ich geh schon mal rein in die Höhle. So, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz dringend ganz viel looten. Oh, da ist ne Lootkiste. Das ist ja schön. Fall um, fall um. Ah, ich hasse das. Diese dicken Blobbets, ne? Die halten dann... Au! Die halten doch immer deutlich mehr aus als die kleinen, ne? Also es scheint da immer zwei verschiedene Sorten von Blobbets zu geben. Mhm. Oh, hier. Daykiller. Oh mein Gott. Ich hab schon wieder grad einen... einen Mega-Lag gehabt. Und bin einfach mal nach vorne gesprungen. So, da darfst du gern drauf gehen jetzt. Ach, komm schon. Ähm. Wenn wir hier am Ende angelangt sind übrigens, dann werd ich auf jeden Fall mal bei den Bossen den Raketenwerfer probieren. Einfach. Ich muss es einfach mal gesehen haben. Das ist das erste Mal seit ich Graf spiele, dass ich überhaupt mal einen Raketenwerfer besitze. Und deswegen muss das einfach sein. Oh, Boss. Ah! Aua! Huch, da war ja noch einer link von mir. Der Dicke hier, der ähm... Hoppala. Der frisst ein bisschen, ne? Nein! Ah! Der hat mir die Unterhosen ausgezogen, der Frosch hier. Oha! Hinter mir sauber fliecher, shit! Noch da? Ja, äh... Eine Sekunde. Oha! Ich bin gestorben. Oha! Doch! Deswegen hab ich gefragt, ob du noch da bist. Scheiße! Jetzt hab ich wieder mein Material verloren. Nein, 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 nein. Ich beschütze dein Material. Sorry, ich musste... Ich musste gerade mir so einen XP-Booster anzünden hier. Wah! Und andere Problem ist, ich weiß gar nicht, wo du bist, weil ich bin bei meiner alte Ablenke gelandet. Ah, nein! So, doch. Oh Gott, ich hab auch kein Holz mehr zum Fliegen. Das ist... Scheiße. Ich lass' dein Ding aber mal noch liegen. Du siehst ja... Nee, heb's auf. Nee, nee, du siehst ja die Kugel auf dem Boot, äh, auf dem Kompass. Ach, nee. Deswegen. Äh, ne Hurricane-SMG... Ah, ist okay. Ah, ich glaube, ich muss mir echt mal die Taste umlegen auf Tab. Ich hab das jetzt in mehreren Games, dass ich das... Scheiß-Inventar auf Tab hab. Und ich komm' die ganze Zeit immer wieder durcheinander. Und drück' hier immer Tab und komm' in die Drecks-Konsole rein. Das ist echt... echt, äh, nervig. Oh, die Höhle ist so weit weg, dass ich's nicht seh'. Nee. Das ist scheiße. Und ich kann dich nicht rufen, ne? Nö. Äh, sammeln's einfach mal auf. Aber wahrscheinlich... Das Problem ist, ich hab' gar nicht so viel Platz im Inventar. Weil ich bin ziemlich voll. Und ich drück' einfach drauf. Das, was kommt, kommt. Ne, äh, pass auf, ich geb' dir mal die, die Breiten und Längengrade hier von den Dingen. Und zwar, äh, minus 487 und 58. Das ist... 487, oh Gott, ist echt weit weg. Naja, Pax Monocycler auskommen. Das geht schon. Ja, ich muss erstmal eine Orientierung finden, wo ich bin. Ach, hier ist Wasser. Burn, baby burn. 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 Du findest das schon wieder. Uh, level up. Level up. Level up. Jetzt bin ich voll. Was gesagt, minus 400 und dann? Minus 487 und, äh, plus 58. Okay. Ah ja, da hinten sehe ich schon mal die Kugel. Sehr schön. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ähm, Tim? Hm? Ich hoffe, du hast noch ein paar Ploppet-Milzen dabei. Kann sein, ich weiß nicht. Weil, wir können hier bei Mr. Vendrite, ich meine, gut, das habe ich ganz vergessen, äh, das können wir auch schon längst zu Hause bauen. Äh, ich habe ja ein, ich habe ja ein Blueprint dafür getroppt. Aber, hier kann man Element-X-Schwert bauen. Cool. Mit Ploppet-Milzen. Mit Ploppet-Milzen. Und Ploppet-Milzen weiß ich, haben wir zu Hause eh 50.000 Stück rumfahren. Deswegen wäre es Wurst, ja. Und, äh, was noch viel besser ist, man baut es hier mit, ähm, vom Blitz getroffener Rinde. Ich hoffe, davon hast du auch noch ein bisschen was dabei. Und, äh... Hey, komm raus, dann. Arzt, bin ein bisschen verwirrt. Oh, meine Frau wandadiert. Ah, das ist nicht so gut, ne? Ich höre es rums ein bisschen. Nein, 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 nein. Was hast du gemacht? Oh, bevor die, bevor die gerade, ähm, den zu Brei geschlagen haben, den Mr. Vendrite habe ich schnell noch das Element-X-Schwert gekauft. Ach, hast du es, oder was? Ja. Ich kann dir, wenn du noch ein paar Ploppet-Milzen hast, äh, um genau zu sein, 40 rum, dann kann ich dir das auch noch bauen. Ansonsten looten wir hier noch ein paar Ploppet, dann geht das schon. What? Was? Irgend so ein Bomber hier neben mir in die Luft gegangen. Leck mich am Arsch. Jetzt blick ich nicht mehr, ob ich mein Inventar kommt. Zu viel Diablo gespielt. Inventar-I. Ja, wie sahen die aus, die Ploppet-Milzen? Diese grünen Dinger da. 46. Ja, perfekt, Reich. Und vom Blitz getroffene Rinde? Dass ich zu dir komme. Loot noch ein paar Bäume schnell draußen, dann kriegst du vom Blitz getroffene Rinde. Oder hast du davon genug? Also wenn du, wenn du Holze, wenn du, au, wenn du Holz und Fossilien hast, dann kannst du hier bei dem, bei dem Ventroid das schnell kaufen. Wenn ich nicht davor sterbe oder der Ventroid stirbt. Oh, Moment. Mir fehlt Holz insgesamt. Okay, dann schmeiß mir die Ploppet-Milzen hin. Und, äh... Und vom Blitz getroffen fehlt mir auch. Äh, hast du davon überhaupt irgendwas? 22. Ja, dann schmeiß her. Und die Ploppet-Milzen auch. Wenn der nicht stirbt, der Ventroid. Hallo, Vent. Danke, Konsumer. Hehehe. So, geiles Ding. Äh, Tim, hier, äh, wo ist es? Hier. Einmal Element X Schwert, bitte. 247. Und was hat das jetzt hier? 272 Schaden. Ist schon nice. Ist schon nice. Ich weiß, da wird es mit Sicherheit noch bessere geben. Ja. Aber, soweit sind wir halt noch nicht. Da sind wir jetzt mit dem Element X Schwert schon mal gut bedient, aber würde ich meinen. So, dann lass mal weiter hier flitzen, ne? Also, ich schieße immer überall einmal drauf, wenn du das. Ja, ich versuche gerade ein bisschen Munition zu sparen, weil ich habe für das, äh... Ich habe nur noch für das SMG hauptsächlich Muni. Wobei, komm, hier. Kack drauf. Warte, 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 warte. Warum kriege ich denn hier so auf die Fresse, ey? Warte mal kurz. Was hast du für? SMG, oder? Ja, behalt's mal noch im Inventar. Ich habe noch 12.000 Schuss, soll es nicht. Wir müssen mal zu Hause eine eigene Munitionskiste anlegen. Wo wir wirklich ausschließlich Muni reinpacken. Ich droppe auch ganz gut von denen hier. Das ist... Geht schon. Ach so, Team, ich habe ganz vergessen, ich musste ja noch so ein... äh... so ein... so ein XP-Boost darüber schmeißen. Lass mal den kurz noch erledigen. So. Oh, schießt du nicht mehr so flott drauf. Lass mich noch mal drauf knallen. Ähm, jetzt Moment mal kurz. Hier, ich schmeiß dir mal zwei Stück raus. Bekommen? Mhm. Dann schmeiß gleich mal an. Okay, dann erscheint es ja noch ein bisschen weiter zu gehen hier so. Oh, 42 bis 44. Perfekt. Perfekt. Ach, guck mal. Hier steht noch unser Heimatplaneten-Dings da. Sehe ich gerade so. Mitten im Weg. Oh, zu früh gestorben. Oh, rechts von uns. 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 Oh. Oah, schon wieder keine Muni für das Drecks Sturmgewehr, ja. Was war das? SMG? Ne. Sturmgewehr diesmal. Ne, ne. Mach mal. Behalt ruhig, behalt ruhig. Das passt schon. Das kriegen wir schon alles hier hin. So, da vorne ist, äh, da vorne ist wieder Zeit für Prospector Loot-Skill. Wollen wir kurz sagen, du sammelst gar nichts. Ah, der hat wieder nicht alles bekommen. So, komm mal her, du Bomben-Scheißer. Ich verbrauche zu viel Muni. Ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen mit dem Schwert draufhacken hier. Ja. Was hast du nochmal? Munition für die Pistole brauchst du, ne? Ja, ich brauche mir hier gerade. Ne, ne, warte, warte, ich habe noch, ich habe noch jede Menge. Wow, ich habe jede Menge, sehe ich gerade. Hier. Das habe ich alles so über die Zeit jetzt gesammelt. Gut. 3,50, 3,50, 3,50, ja, das ist besser wie bei uns. Hier, äh, warum habe ich jetzt ein Monocycle Plus? Ach so, das ist, äh, ja. Ja. So, passt, ne? Voll, warum bin ich voll? Was muss ich denn wegschmeißen? Na, warte mal, wir tauschen einfach die Munition aus. Ja, dann schmeiß mir die SMG-Muni raus. Oder Sturmgewehr oder Schrot, scheißegal. Ich nehme alles. Alright. Aber können wir ja trotzdem ein bisschen hier, die, die Viecher, die taugen ja nix. Da können wir ruhig mit dem Schwertchen drauf klatschen. Jetzt, wo wir das schöne neue Element-X-Schwert haben. Wir müssen auf jeden Fall, ja, da geht was, ne? Wir müssen auf jeden Fall, äh, noch in den Boss-Raum. Schlimmstenfalls, ja, wobei, ne, ich würde das schon gerne noch diese Folge machen. Ich würde gerne noch auf den Boss, äh, mit dem Raketenwerfer schießen. Einfach, weil ich's kann. So. So. Okay, jetzt gibt's auch wieder ein bisschen, ein bisschen XP für mich. Ich bin auch schon wieder bei der Hälfte, übrigens. Ist nice. Vorsicht hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wo ist der? Oh, der Boss, der klaut mir wieder die Kills hier, der Drecksack. Na komm schon, stirbt mein Freund. Aua. Wie sieht's denn bei dir leveltechnisch eigentlich aus? 37. Alright. Aua. Das tat weh, hä? Ja, baby. Zwei Blueprints. Tsunami, SMG, Eis. Der Holzfäller. Der Holzfäller. Der Holzfäller. Haben wir den nicht schon? Ich tu ja, ich nicht. Ah ne, den Holzfäller hab ich noch nicht, oder? Der Holzfäller? Ne, warte mal. Jetzt muss ich gleich nochmal schauen. Du blickst schon nicht mehr mit den komischen Namen hier. Jetzt pass auf. Ich hab den Verärgerer. Und der bessere war der Holzfäller oder der Pulverisierer oder irgendein Schmarrn? Egal, egal. Oh, da ist die falsche Muni drin. Hier ist die richtige. Kannst du beide nehmen. Ne, ne, da ist eine andere Pistole drin. La, 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 la. Oh, hier wird's besser. 43 bis 45. Ich hoffe, wir erreichen den Bossraum noch. Ich will unbedingt diesen Raketenwerfer abfeuern. Ich wollte es halt nur nicht sinnlos irgendwo draufballern, weil das ist echt zu schade um die Muni. Na, ich mach nur 6 Schaden. Ich schieß nur einmal drauf. Ja, ja. Ich mach schon. Ganz ehrlich, da ist fast genauso effektiv mit dem Schwert draufzuhauen bei dem Schaden, was ich mit der Schrotflinte mach. Mhm. Hab's vorhin auch gelesen. Und von der Geschwindigkeit her kommt's auch ungefähr auf dasselbe raus. Nur die Chance, dass ich getroffen werde, ist halt höher. Hier sieht man mal, ne? Passt doch, easy. Wollen wir keine Muni verballern. Wollen wir keine Muni verballern. Alright, alright. Ich hoffe, du bekommst deine XP hier. Ja, ja. 560 regelmäßig. Alright. Oh, die haben ja schon 45 hier die Viecher. Vorsicht. Okay, der kommt zu mir auf. Vorsicht. Vorsicht. Der war, der hat dich an fixiert gerade. Nied, dass die die hier noch weghauen, ne? Na, ich bin gerade noch ausgewichen. Na, komm schon. Aber wenn das so weiter geht, bin ich fast, äh, bin ich bald Level 42. Das geht eigentlich recht flott hier, ne? Boah, da vorne würde ich jetzt echt gerne mit dem Raketenwerfer reinballern. In die Meute da. Nein. Okay, doch, komm. Nein, jetzt werde ich, nein, ich werde gekillt hier. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, die ziehen mir schon, die ziehen mir schon ganz ordentlich Schaden hier. Dreck. Soll ich, soll ich, soll ich? Komm schon, ich tue es. Was war das denn? Was war das für ein Schaden? Jetzt habe ich zwei verballert, so eine ist scheiße aber auch. Okay, ähm. Also lieber, lieber Game Raider, so mit den 12.000, das kam jetzt nicht ganz so hin, ne? Ich weiß nicht, ob das am Level liegt oder an dem, vielleicht habe ich auch einen scheiß Raketenwerfer einfach. Vorsicht, da leben noch welche. Vielleicht hatte ich auch einfach einen scheiß Raketenwerfer, aber kein Plan. Zwei schlechte Raketen. Oder zwei schlechte Raketen. Ja, die sinken auch ziemlich schnell ab, da muss man aufpassen, wie man da schießt, hä? Das Ablaufdatum der Rakete war schon entschuldigt. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, der Schaden, den die jetzt gerade gemacht haben mit 4, 500, das war ja schon irgendwie ein Witz, ne? Ja, das ist richtig. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich, wenn ich mit dem Schwert drauf haue und das Ding macht 100 Schaden und dann haue ich einen Raketenwerfer drauf und das Ding macht, ähm... Ich glaube da hinten ist das Boss-Ding. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Jetzt Raketenwerfer-Time. Oh ja. Oh, da macht es schon ein bisschen mehr Schaden hier. Wow, gesehen? Mhm. Krass, vier Schuss für einen verfickten Boss. Hups, habe ich das gesagt? Ich glaube ja. Aber das ist auch ein bisschen, äh, ein bisschen krass, was man da... Also ganz ehrlich, dann lohnt sich das ja sowas von überhaupt nicht. Au! Da kommt der Drecksraketenwerfer wieder in die Kiste. Ähm, weil... Ich habe sowieso alles gebaut an Raketen, was ich bauen konnte. Und mehr konnte ich nicht, weil ich es mir nicht leisten konnte. Das ist so krank von den, von den Kosten, ja. Da ist mein Boost-Ficht noch da, ich glaube nicht. Äh, ich weiß nicht. Jetzt ist wieder einer da. Zehn Minuten hebt es. Okay, den Boss machen wir noch platt. Danach machen wir eine Pause. Naja, wenn ich grad so auf die Uhr schaue, dass die Folge nicht zu lang wird. Level up! Alright, ja komm, dann machen wir grad hier ein Päuschen. Wobei, komm, den Raum looten wir noch schnell. Das, das gönnen wir uns noch. 25 Minuten wieder, naja. Oh ne, da sind schon wieder so viele, ja. Da bräuchte man jetzt Raketen, äh, Granaten oder so'n Scheiß, was man reinballern kann. Oha, noch ein Boss, das hat geklopft. Dann, wir tanzen wir und fahren einfach noch weiter. Yo, alright. Geroge. Oi. Let's dance. Ähm, ja, das war's für diese Folge. Wir haben endlich mal, ich bin leider etwas enttäuscht, ja. Aber, ähm, trotzdem fand ich's geil. Ich konnte endlich mal mit nem Raketenwerfer draufballern. Ähm, das freut mich. Auch wenn's, äh, ein sehr, sehr teures Vergnügen war und ein einzigen Boss getötet hat. Das ist der helle Wahnsinn. Was sollen wir machen, ne? So ist das Leben. Ja, genau. So ist das Leben. Und, ähm, ja. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.